Liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer, wir begrüßen ganz herzlich das Team von FC Sankau und natürlich von uns werden hier vom BSC IBE. Wir begrüßen ganz laut zu seinem letzten Profi-Spiel, unser Käpt'n der Ruscha! Wir begrüßen ganz laut zu dem BSC IBE. Wir begrüßen ganz laut zu dem BSC IBE. Wir begrüßen ganz laut zu dem BSC IBE und FC Sankau. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.